Let's Play Star Trek Online Let's Play Star Trek Online Let's Play Star Trek Online You and I were both asked by name to help All that I've been told is that the Vodwar have launched a large offensive and have retaken the area in front of their temple The place where they keep unconscious Vodwar stored They need our help to retake the area Though I have a feeling something else is going on Can you help with the situation? Hmm, yeah, in a way I can help you Ah, that's not true Beginn, Staub zu Staub But before, yeah? Lade, bitch The breach is widening I've got to close this now Almost there I just need a minute to Harry! Harry! Not my hand! Can't reach! I'm slipping The Vodwar are making a new push into the system And we could use your help The Rhode Island is assisting the new Kabali flagship Samsara But you know the Vodwar They're relentless Why do they always do the Vodwar Ask them if you can get one of them to have a reasonable discussion Eldex has been less than cooperative since Gauls' death We know he's leading the remaining Vodwar forces And there's no sign that the neural parasites are still influencing them Which is the only good news The Vodwar won't stop their assaults until the Kabali surrender the remaining Stasis pod But the Kabali government refuses to do so Unless the Vodwar agree to peace talks We're at an impasse From Otel Ch 750 We're often there Some bunch of jullie Dat appeals to us I don't know Don't measure Don't measure Don't measure Don't measure Und da ist es jetzt Das war es schon. Wir sollten dringend unsere Schwierigkeitskaterien. Wir müssen ihn wieder einnehmen. Captain Kim? Henshon Jetanian? Jetanian, glaube ich. Ich weiß. Wir drei gehen mit dem Außenteam ins Gefecht. Du hast ja bei der Team-Einstellung einen weißen Strich. Wo das Team angezeigt ist. Auf der linken Seite. Welcher weiße Strich meinst du jetzt? Ein einzelner weißer Strich. Kannst du da etwas Dropdown-mäßig drücken? Missionen werden mit Schwierigkeitsgrund normal gestartet. Die Missionen haben einen normalen Schwierigkeitsgrad. Ja, kannst du das irgendwie anklicken? Nö. Sonst hätten wir den Schwierigkeitsgrad nämlich noch schnell ändern können. Ja, aber unten auf dem Boden wird er doch immer wieder abgefragt. Ja, eben. Deswegen habe ich ja überlegt, das eventuell vor dem Kartenwechsel schnell zu machen. Ne, ich meine, wenn du unten bist, wird dir immer gefragt, möchten sie Hilfe haben bei der Eroberung des Tempels und sowas. Ja, aber wenn wir dann jetzt auch normal gespielt hätten, dann wäre es für uns ein bisschen schwieriger gewesen darum. Naja, egal. Einfach rein da. Klingt wie ein Plan. Ich habe eine seltsame Umgebung in den Trenchen für Transporte. Mein Team und ich gehen zuerst und die Umgebung einsetzen. Bis zum nächsten Mal. Wird die Voyager zu Hilfe kommen? Voyager ist aktuell auf einer hohen Prioritätsoperation in Wad-Waar-Kontrollen-Spiel. Einer Calm-Chatter kann ihre Position weggeben. Was sie tun, sagt Tuvok, das ist wichtig. Aber das ist alles, was ich weiß. Die Magellan, Intrepid und Rhode Island werden das System gegen weitere Vad-Waar-Schiffe sichern. Glaube und Neu-Schiffe sichern. Ähm, Sir, ich habe die Koordinaten von Captain Kim und seinem Team auf Kobali Prime. Hensch und Chatenian und sein Außenteam werden uns dort treffen. Sind sie bereit hinunter- Huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh-huh. Ja, ich bin bereit hinunter zu beamen. Zu den Gräbern von Kobali Prime beamen! De-de-de-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee-dee. Ich habe akzeptiert. Ja. Writers of the Lost Ark. Ja, ich habe doch eine neue Team-Einladung gemacht. Ja. So. Ähm. Wollte nämlich mal kurz was gucken. Ich gehe auch jetzt auf den Arbeit-Key. Ähm. Wo sind wir denn Staub zu Staub? Ah, das kann man nachträglich wirklich gar nicht ändern. Hm. Ich hätte vielleicht gedacht über einen kleinen Umweg. Damit's dann gleich im Space ein bisschen einfacher, äh, schwerer wird. Nö. Machen wir's halt so. Der klassische Weg. Ja. Hier, mit Captain Harry Kim sprechen. Die Kabali-Force sind zentren und die Vadwar machen einen Weg nach dem Tempel. Wenn ich das so mache, habe ich eine Suggestion für unseren Plan für den Attacken. Erklären Sie mir Ihren Plan. Henshin Jatanjian und seine Team werden die oberen Bereich der Trenchen gegen den Tempel machen. Mein Abwehr-Team wird nach dem opposite Ende der Trenchen und unterstützt die restlichen Kabali-Soldier dort. Während sie ihre Flanke behalten, dein Team und ich werden durch den Zentrum und den Vadwar in den Tempel-Kurte. Deine Gedanken? Hm. Was nehmen wir? Kann Ihr Außenteam das ohne ihre Hilfe meistern? Hm. Gut. Henshin Jatanjian, haben sie irgendwelche Einwände? Nichts. Mein Team ist sicher, sich zu zeigen. Du und deine Mitglieder haben ziemlich ein Beispiel für uns, um zu leben zu leben. Wir unterstützen die Forsten am anderen Ende der Trenchen und dann machen wir unseren Weg nach dem Tempel. Hoffentlich werden wir mit euch mitbekommen, bevor wir den finalen Assault. Sehr gut. Los geht's! Faktisch direkt mit der Explosion. Ja, ja. Startschuss sozusagen. Was? Gar ein Ingenieur? Was? Flammenwerfergeschütze reparieren. So machen wir einen Techniker ran. Was reparieren! Ohh shit. Ja, ich liebe es, ich liebe es. Ich kann gar nichts für den Turm. Ich bin kein Arzt. Sie können schwören, als sie die Mission vor einem Jahr gespielt hat, dass sie mir irgendwie komplizierter vorkamen. Als ich die vor einem Jahr gespielt habe, gab es auch zum Beispiel diese Geschützturm-Reparatur noch nicht. Die ist mir jetzt komplett neu gewesen. Sie sind bereits weggegangen und ich brauche mit dem Rest meiner Squad. Vielleicht werden unsere Pläne wieder umsonst. Glückwunsch hier. Und meine Bergungsmission abgekommen. Ich muss mich mit dem Rest meines Trupps treffen. Vielleicht werden sich unsere Wege eines Tages wieder kreuzeln. Ich wünsche Ihnen viel Glück hier. Ja, bleib einfach liegen. Passt schon. Viel Glück. Sieht, wie er ist sicher. Wir haben noch mehr Vodmars in. Du musst es schnell kamen. sporadisch? Es kommt noch mal atraviesig. Bord-Und ist na der G jokes tiefer Becker. 11 Wäld ... 10 13 14 Die 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 ja nur die 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 mit titanien sprechen das klingt als ob es andere stellungen in den gremien gebe die unsere unterstützung benötigen könnten die trocken da reichen die 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 Ja, mein Team und ich werden dann schon Meistern. Das sind doch keine Anfänger. Meine Internetverbindung ist gerade wieder geil. Wie ist das denn? Wow, sind die schon wieder geil? Ähm, weil sie gerade mehr oder weniger zwischendurch immer mal abschmiert. Ich muss ja gleich in der Folgenpause mit kurzem gucken. Okay, cool. Okay, cool. Cool. Okay, cool. Okay, cool. Okay, cool. Fahre den Wagen vor. Mit Harry Kim sprechen. Okay, cool. Würdigen sie hier Unterstützung? Okay, was nehmen wir? Irgendwie sagen beide Sätze aus, dass wir unser Außenteam zurücklassen. Ja, nur das eine ist netter und das andere nicht. Äh, das untere? Ja, okay. Das ist nicht das erste Mal, dass ich darum gebeten werde, mein Außenteam zurückzulassen. Wir packen das schon! Keine Sorge, Captain. Wir werden diese Stellung halten, solange sie sich im Inneren befinden. Sind sie bereit? Ja. Den Kabali Tempel betreten. At least all the Vadwar here are in stasis pods. Let's take a look around. I wanna know why the Kabali lost control of their security systems. Klingt gut. Halten sie die Augen offen nach allem, was verdächtig aussieht. Geöffnete Kapseln kennen. Geöffnete Kapseln kennen. Das ist... das ist nicht richtig. According zu diesen Liedern, das occupierende dieses Pod war... ich? Aber der Name an dem ist... Ketten? Es muss ein Computer-Glitch sein. Es könnte ein Symptom eines größeren Problems sein, aber wer in diesem Pod war, ist jetzt weg. Es sieht aus, dass es öffnet, bevor das Problem begann. Hör auf. Ich werde das Tempel-Sicherheitsbild herbekommen. Vielleicht kann das uns etwas zeigen. Mal sehen, was die Sicherheitsaufzeichnungen hergeben. Das... das ist ich. Aber seit über 30 Jahren. Was in der Welt? Bleib zurück! Bist du mit den Vaddians? Was willst du von mir? Ketten! Du musst dich aufrufen. Mein Name ist Jet Laia. Ich bin hier zu helfen. Das ist nicht mein Name. Wo bin ich? Wo bin ich? Wo ist Voyager? Ich brauche zu contacten. Warte! Komm zurück! Jet Laia! Und ich? Hold on. Da ist mehr Security-Footage. Das ist die letzte Sache, das ist das letzte Mal. Voyager. Das ist Ensign Harry Kim. Wenn du diese Botschaft hast, ich bin in eine ungewöhnliche, ungewöhnliche Präsenzelle. Ich habe esgeriert meine Captors, und ich schaue ein Weg raus. Ich werde noch eine Botschaft mit meinen Koordinaten als schnell ich kann. Komm... Komm find mich. Komm find mich. Wie bin ich? Das... Das war ich. Von über 30 Jahre herf Ort, mit meinem alten Voyager-Uniform. Und... Sie machen mich, ihn, in ein Kabbali. Sie wissen. Diese ganze Zeit, ich bin hier, sie wissen. Und Lindsay, Jitlaia, sie wissen. Ich weiß, dass ich eine schwierige Zeit für die Kabbali acceptieren, aber sie halten zu viele Geheimnisse. Sie sollten mir erzählen, sie haben uns erzählt. Hmm. Moment, ein zweiter Harry? Wie ist das möglich? Doch konnten sie es nicht. Ich bin von der Duplicate-Ship. Captain Janeway sacrificed it so eine Voyager could survive. Die andere Harry wurde in eine Hull-Breech before das passiert. Captain Janeway sent mir und Ensign Wildman's Baby zu sein Voyager before sie selbst-destructed unsere ship. Es macht Sinn an der Zeit. Ich bin Harry Kim. Ich habe alle meine Erinnerungen, meine Erinnerungen. Und nun hat sich das geändert. Es hat verändert, okay. Das Beste, was ich mir sagen kann, ist, dass ein Kabbali-Ship sein Körper in der Raum fliegt. Es ist ein Millionen-to-one-Schlag, aber Lindsay vielleicht haben wir unsere Koordinaten, als wir zuvor duplikiert waren und wussten, wo wir zu schauen. Sie müssen sie Jahre zu erinnern, ihn zu reinkonstruieren und ihn durch ihre Rebirth-Prozess. Ich weiß nicht, ob er sich empfunden oder verrückt wird. Ich denke, ich gehe mit beiden. Okay, sie sind also nicht der wahre Harry Kim. Wenn Sie sich technisch machen wollen, Harry und ich sind die gleiche Person. Wir haben die gleiche Erinnerungen, die gleiche Wissen. Wir lieben die Kolde, und wir lieben die Musik, und wir lieben die Muschröme und Pizze. Und wir haben eine Liebe, ich glaube, wenn Sie das so sagen können. Die Duplikation der Quanten ist eine schwierige Sache, zu beantworten. Es hat nur ein paar Mal passiert. Ich verstehe das nicht. Und ich würde es nicht leben, ohne ihn. Werden Sie in der Lage sein, unsere Mission abzuschließen? Ich werde okay sein. Ein bisschen schockiert, aber... Captain Janeway hat mir einmal gesagt, wir sind Starfleet-Officer. Wann ist das, was wir tun. Und das ist sicherlich. Was ist Ihre Meinung zur Situation? Von dem, was wir auf dem Sicherheitsbild gesehen haben, sieht es, wie der andere mich hat die gesamte Basis kontrolliert. Das ist nicht zu überraschend. Nicht nur hat er all das Wissen von einem Starfleet-Officer, der Rebirth-Prozess transformiert sein Gehirn. Die Kabbali-Six-lobeden Gehirn geben ihm natürliche Hähigkeiten in Mathematik, Physik, Wave-Phenomen, alles, was er hätte tun müssen, um das zu tun zu tun. Er ist noch seine Com-Badge, aber ich kann es in die Hand nehmen. Du solltest erst mit ihm sprechen sprechen. Versuch ihn, und erinnern, ihn zu erinnern. Wollen Sie nicht mit ihm sprechen? Nicht noch. Er ist bereits schreckt und verwirrt. Sie sehen mich, bevor er seine Beherrungen bekommt, wird es nur Dinge schlimmer machen. Einverstanden. Ich werde mit ihm sprechen. So, wir sind übrigens bei 25 Minuten angelangt. Entsprechend müssten wir hier schon mal den ersten Cut der Folge einbauen. Machen wir. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, Leute. Bis dahin, hummel, hummel, mors, mors. Lasst einen Kommentar da, auch beim James. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut und schwingt den Hut.